Ich kann es super erklären, wirklich Heidi, Blogger des Grauens, ne? Bringen wir mal dem Max das Bild. Schau mal. Gut, ne? Für dich. Pack mal hierher. Ja. Hello, hello. Heute mal die Begrüßung aus dem Auto. Und zwar sind wir jetzt auf dem Weg zur Ikea. Ich habe so eine bestimmte Vorstellung für meine Waschküche. Ich hoffe, dass ich das jetzt so umsetzen kann. Also, dass ich das bekomme, was ich mir vorgestellt habe. Mich nervt es nämlich tierisch, dass unsere Wäschekörbe auf dem Boden stehen. Ich darin natürlich die Wäsche sortiere nach Farbe und nach Waschgang eben. Und das so viel Platz wegnimmt. Und deshalb wollte ich was, was ich dann quasi aufstelle und die Körbe so rein stelle. Das war jetzt eine super Erklärung. Also, ich nehme euch jetzt eine Runde mit in diesem Video und wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's. BM, auf geht's. Bis zur Ikea. Ja, bist du bei Ikea? Meine Männer sind jetzt unten. Sie holen sich noch ein Hotdog. Und echt bin jetzt gespannt, ob ich finde, was ich suche. Drückt mir die Daumen. Und wir leben es auch mit einem Schaden. Okay, sind da. Cooler Badewanne. Mega. Und wer hat hier sein Bett nicht gemacht? Hm. Ich finde es nicht und ich hasse es, wenn ich so eine bestimmte Vorstellung habe. Ich suche mal weiter. Oh Mann, wie nervig. Hier ist aber auch echt die Heule los. Ich bin nicht ja hier in der Abteilung. Also sprich, ja, Keller, Waschküche, Aufbewahrung, was auch immer. Aber ich finde es einfach nicht. Gibt schon schöne Sachen, ne? Ja, aber es ist nicht das, was ich suche. Da bin ich. Schaut mal bitte, wie süß dieser Sessel ist. Für kleine Kinder. Wie goldig. Okay, Leute, ich habe es nicht gefunden. Meine Männer gehen mir schon tierisch auf die Nerven, rufen mich die ganze Zeit an, wo ich bleibe. Dabei bin ich gerade erst genau acht Minuten hier oben. Ich habe extra auf die Uhr geschaut. Jetzt hoffe ich, dass ich es unten finde. Das nächste Mal fahre ich alleine. Das soll mir nicht auf die Nerven gehen. Das ist so, um jetzt kein anderes Wort zu sagen. Aber ich habe noch was für ein Liam gefunden. Das und eine Tagesdecke. Soll ich dann zu Hause, was es alles geworden ist. No Wi-Fi. Das ist natürlich schlecht für mich. Und weiter geht's. Ach Gott, schaut mal da hinten. Wie süß. Okay, und jetzt Achtung. Ist Veggie. Gemüsebratwurst. Oh mein Gott, da bin ich mal gespannt. Also wenn die so schmeckt, wie sie aussieht, dann gute Nacht Sonnenschein. Okay, ist gewöhnungsbedürftig, aber der Hunger treibt es rein. Ich habe so Hunger. Neuer Tag, neues Glück. Da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Sorry dafür. Ich hatte ja ein bestimmtes Vorhaben. Das ist mir allerdings nicht geglückt. Und jetzt klingelt es an der Tür. Moment. Yay, der Postbote. Ich zeige euch gleich, was er gebracht hat. Jedenfalls nochmal ganz kurz zurück zu meinem Ikea-Vorhaben. Ich zeige euch jetzt meine Ausbeute und erzähle euch von meinem Vorhaben, wie ich mir das vorstelle und was daraus geworden ist. Und dazu würde ich sagen, gehen wir mal rüber. Und ja, so machen wir es jetzt einfach. So, ich setze mich jetzt mal kurz hier hin. Und zwar voll cool. Der Postbote hat mir meine neuen Bilder von Desenio gebracht. Ich freue mich mega. Und zwar habe ich dazu auch einen Rebantcode für euch. Über 25%. Allerdings gilt der leider nur drei Tage, was sehr schade ist. Ich schreibe euch dazu mal alles unten in die Infobox. 2019, Rossella Mia nennt er sich. Und das Ganze kommt dann immer hier in so einer Verpackung an, damit die Bilder schön geschützt sind. Das ist zum Beispiel eins. Ich zeige euch das jetzt aber auch nochmal, wie ich mir das fertig vorstelle im Rahmen. Ich habe ja vorne an meinem Spiegel auch so ein ganz tolles Bild. Da fragen mich ultra viele immer danach, woher das ist. Das ist eben auch von Desenio. Ja, wie gesagt, der Rebantcode. Leider nur drei Tage gültig. Schaut dazu gerne mal unten in die Infobox. Da ist es, das Bild. Ich zeige es euch mal ein bisschen besser. Die zwei, die habe ich jetzt nur mal so hier hingestellt, weil ich schauen wollte, wie das aussieht. Das kam ja heute an. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ganz, ganz edel und schlicht. Und das ist das Bild, auf das ich eben, wie gesagt, immer angesprochen werde, weil ich mich dann hier hinstelle und ihr das eben dann seht. Ich mag es auch wirklich sehr, sehr gerne. Und das ist eben auch von Desenio. Und das Bild hier, das hat mir total gut gefallen. Das schenke ich dem Max. Total witzig. Kommt natürlich auch noch in einen Rahmen rein. Und hier sind die zwei neuen Bilder für den Liam. Die haben so, so schöne Kindermuster. Ich bin total verliebt. Schaut euch das mal bitte an, wie goldig das aussieht. In so ganz, ganz schlichten, neutralen Farbtönen, die einen nicht erschlagen und trotzdem kindgerecht sind, obwohl sie gar nicht so bunt sind. Ja, ich mag sie, wie gesagt, sehr gerne. Gibt ganz viele verschiedene. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und jetzt zeige ich euch eben, was ich bei Ikea mitgenommen habe. Eigentlich wollte ich ja diese bestimmten Schränke für meine Waschküche. Und dann bin ich raus und hatte ein paar Teile, die damit gar nichts zu tun haben. Und die zeige ich euch jetzt, wie das immer so ist bei Ikea. Ja, also zum einen diese Form zum Backen. Da hat mich ehrlich gesagt die Farbe total angesprochen. Deine Sandro kam dann auch dazu und meinte, oh ja, lass uns das mitnehmen. Der Papa hat ja bald Geburtstag. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Schön, ne? Vor allen Dingen, was wird das für ein mega monsterhoher Kuchen? Eigentlich müsste das ein bisschen niedriger sein. Egal. Dann habe ich noch das hier mitgenommen. Habe ich auch gebraucht. Habe ich jetzt in der Form keine, was war das? Keine. Ich wollte nämlich so eine bestimmte italienische Pizza mal machen. Und dafür brauche ich diese Form. Dann habe ich mitgenommen, einfach nur so Behälter für die Küche. Die sind jetzt aus Glas. Das war mir sehr wichtig. Die kann man auch einfrieren. Ideal dann eben auch mit so einem Deckel. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Aber wem geht es denn auch so bei diesen Tupper-Dingern? Ja, die Deckel sind immer überall und nirgendwo. Und immer wenn ich genau den für den Behälter brauche, finde ich ihn nicht. Ich bräuchte da mal irgendwie so eine Aufbewahrung, wo ich die reinpacke. Naja, vielleicht habt ihr da eine Idee für mich. Jedenfalls habe ich dann noch diese große Auflaufform hier mitgenommen bei Ikea. Boah, die ist total schwer. Eben auch aus Glas. Da wollte ich dann eben Lasagne reinmachen. Und wenn was übrig bleibt, kann man das schön abdecken. Und dann in den Kühlschrank packen. Dann habe ich mir noch diese Teile hier mitgenommen. Die waren allerdings echt teuer. Ich glaube, 13 Euro. Fand ich aber sehr ansprechend. Denn ich habe noch ein neues Schränkchen mitgenommen. Das war allerdings, darf man gar nicht erzählen, in der Gartenabteilung. Ja, da packt man wahrscheinlich so Blumentöpfe drauf. Aber ich habe genau sowas noch im Bad gesucht, weil es so schwierig bei uns im Bad ist, da ein Regal hinzustellen. Aber es sammeln sich halt auch viele Sachen an. Jetzt gerade mit dem Liam. Und da habe ich noch so ein bisschen eine Ablagefläche gebraucht. Und da fand ich das Schränkchen eigentlich ganz passend. Ich wollte mir das allerdings noch weiß anstreichen. Ja, weil in diesem Holzton gefällt es mir nicht so gut. Jedenfalls habe ich, wie gesagt, diese Teilchen hier noch mitgenommen. Und dann durfte noch mit eine Tagesdecke, meine Ikea-Tagesdecke, hat jetzt echt, also die besten Zeiten hinter sich, sagen wir es mal so. Denn die ist schon echt total ausgeleiert. Und ich wollte jetzt die mal ausprobieren. Die hat, glaube ich, 25 Euro gekostet. Ist wahrscheinlich recht klein. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Ich muss mal gucken, ob das so wird, wie ich mir das vorstelle. Jedenfalls hat mir das Muster gut gefallen. Und dann durfte noch mit dieses Teilchen hier für die Küche. Für meinen Mulex, damit ich da eben so eine, ja, so eine Backunterlage habe. Und das Pink hat mich halt angesprochen, ne. Was soll man dazu sagen? Und dann habe ich für den Lille. Mich nervt es nämlich immer, dass ich die Schnuller überall suche. Ich wollte jetzt einen Platz, wo wirklich immer nur die Schnuller sind. Und das habe ich mir jetzt so vorgestellt, dass ich diese Teilchen, zum Beispiel, also eins von diesen Teilchen an seinen Laufstall dran mache. Und da eben immer die Schnuller reinkommen. Damit immer derjenige, der einen Schnuller sucht, auch weiß, wo er den zu suchen hat. Ja, ziemlich nervig. Jedenfalls war das das. Und dann habe ich noch ein Spannbetttuch gebraucht für unser Ehebett. Das ist super kompliziert, da das Passende zu finden. Wir haben ja ein Boxspring-Bed. Ich habe da jetzt so ein Spannbetttuch mit Spitze und so. Das hat mir immer meine Mama gegeben. Aber ich brauche da definitiv was, was ich da so rummachen kann, weil mich das tierisch nervt. Naja, ich hoffe, dass ich die richtige Größe habe. Da war ich mir nämlich nicht sicher. Und dieses Teilchen hier, da bin ich ja mal gespannt. Ich habe mich da so doll drüber gefreut. Das ist nämlich immer super nervig, wenn wir Muffins machen. Kennt ihr bestimmt auch, wenn du dann beide Löffel hast und es dann so abstreifst. Und hier packst du den Teig einfach nur rein. Da ist so eine Kugel unten. Könnt ihr das sehen? Und dann kann man das perfekt dosieren. Und wisst ihr, was ich damit gemacht habe? Ich habe damit Salz abgefüllt in so einen ganz kleinen Behälter. So einen runden, so klein ungefähr. Und zwar zum Einzug. Max war bei seinem Kumpel, der ist umgezogen. Und da habe ich gesagt, Max, du musst auf jeden Fall Brot und Salz mitnehmen. Und da habe ich eben diese kleinen Behälter, hatte ich euch auch mal gezeigt. Hatte ich bei, wo hatte ich denn die gekauft? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ja, egal. Und dann habe ich noch so ein schönes Band drum gemacht und hatte noch Brot gekauft. Und habe ich hier eben das Salz reingepackt, weil ich sonst nicht gewusst hätte, wie ich das in diesen kleinen Behälter bekomme, das Salz. Und Salz darf man ja nicht verschütten, ne? Als Italienerin. Ich bin das so abergläubig. Jetzt noch ganz kurz zu meinem Vorhaben. Zu diesen Schränkchen, die ich wie gesagt gesucht habe. Also, bei uns in der Waschküche ist es so, dass ich ja logischerweise, habe ich ja schon erklärt, die Wäsche sortiere, so wie das jeder macht. Und mich das tierisch nervt, dass diese drei Körbe immer auf dem Boden liegen. So, und jetzt wollte ich eben diesen Schrank, ich kann euch das ja mal einblenden. Ich habe das nämlich dann heute Nacht, weil mir das keine Ruhe gelassen hat, bei Amazon gesehen. Und da werde ich das jetzt auch bestellen und dann vielleicht übereinander stellen oder noch einen flachen kaufen, bei dem ich dann die Körbe so reinschiebe, anstatt hoch. Ja, ich kann es super erklären. Wirklich Heidi, Blogger des Grauens, ne? Ja, also auf jeden Fall habe ich mir das jetzt so vorgestellt und ich werde mir die jetzt noch bestellen. Wenn ihr möchtet, kann ich euch ja dann das Endergebnis mal zeigen. Ich bin total unzufrieden mit meiner Waschküche und diese ganzen Schuhe, ich habe da eigentlich auch Bewahrungsmöglichkeiten, aber da muss jetzt wieder Ordnung rein. Das muss ich alle paar Monate mal machen. Jetzt wird es ja dann auch Herbst, da kommen dann wieder andere Schuhe und so weiter. Und ja, mich hatten übrigens auch viele gefragt, welche Waschmaschine ich jetzt habe. Ja, die haben wir gekauft, als ich in Italien war. Also da hatte ich sie bestellt, da kam sie dann an, wurde geliefert und zwar habe ich mich für eine Bosch Waschmaschine entschieden. Ich zeige euch das dann gern alles, wenn die Waschküche fertig ist. Ich finde sie total super, aber es kommt ja nicht drauf an, ob sie stylisch ist, sondern ob sie ordentlich unsere Wäsche wäscht und das macht sie. Okay, also meine Lieben, dann war es das jetzt erstmal hier von meinem Follow-me-around zur Ikea. Ja, unseren Vlog, der leider so geendet ist, dass ich unzufrieden bei Ikea war und übrigens der Liam das allererste Mal bei Ikea war. Ist das nicht süß? Der war da in seinem Sitz, also von dem Einkaufswagen gesessen und hat da total gespannt alles angeschaut. Es war so, so goldig. Und meine Männer haben mich so durch die Ikea gestriezt. Ey. Das nächste Mal fahre ich alleine. Aber ich komme da nicht so schnell wieder hin, deswegen bestelle ich es jetzt einfach online. Ja. Okay, meine Lieben, also dann war es das jetzt soweit von mir, von diesem Video. Ich würde mich an dieser Stelle verabschieden, damit ich jetzt das alles wegräume, Spannbetttuch wasche und dann hier ganz normal weitergeht. Übrigens, weil ich jetzt hier gerade so meine Haare rumspiele, ich mache die hier hoch, weil ich den Ansatz des Grauens habe. Ich muss dringend zum Friseur. Ich habe die Woche auch einen Termin. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob ich euch da mitnehmen soll. Ich will ja heller werden. Das dauert halt seine Zeit. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber der Ansatz, der muss definitiv wieder fresh gemacht werden. Und deswegen mache ich so, damit ihr das nicht entdeckt. Okay, meine Lieben, also denkt an den Rabattcode bei Desenio. 25% für euch. Und ansonsten würde ich mich natürlich total über euer Feedback freuen. Das wisst ihr ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt zu meinem Vorhaben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie mir jederzeit stellen. Beziehungsweise ihr könnt auch gerne unten in die Infobox schauen. Da versuche ich euch immer alles aufzulisten von dem, was ich eben hier gezeigt habe und gesprochen habe. Und dann müsst ihr nicht so lange suchen. Okay, also ich verabschiede mich, wünsche euch nur das Beste und hoffe, dass ihr dann im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.